Hallihallo Hallöchen, wir spielen wieder BTS 2 Euro Truck Simulator 2. Wir sind immer noch in Polen. Wir haben die Kiste abgegeben mit dem, keine Ahnung was drin war, Atomreaktor oder so. Und jetzt suchen wir uns einen Schlafplatz. Die Karre ist auch was laut. So, wir dürfen einfach den LKW nicht verlassen. Wie gesagt, wir sind in Polen. So, da gibt es auch Aldi. Oh, die Polizei noch die Vorfahrt genommen. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, ihr habt da auch mal. Wow, das ist da, wo wir hinfahren. Das ist da? Das ist nur schön hier. Boah, ist das Teil laut oder ist es laut? Oder ist es einfach laut? Okay, wir setzen uns rein. Vielleicht ist es da ein bisschen leiser. Alter, Vater. Alter, Vater. Das war natürlich knapp nichts passiert. Vielleicht sollten wir doch ein bisschen langsamer fahren. Ja, zur Zeit ist mein Fahrstil doch ein bisschen rabiater geworden, muss ich sagen. Vielleicht muss ich mich da wieder ein bisschen beruhigen. Da ist schon wieder Polizei. Also Polizei haben sie hier. Hier arbeitet ja jeder bei der Polizei. Das ist ja Wahnsinn. Okay, das sieht hier auch nicht schlecht aus. Ich glaube, wir waren noch gar nicht im Pool. Richtig schön hier. Polen ist ja gar nicht mehr so schlimm, wie man gedacht hat. Da ist noch ein Volvo-Händler. Guck mal, den müssen wir gerade freischalten. Da müssen wir gerade mal eine Runde drauf drehen. Wahrscheinlich kann ich da auch schlafen. Könnte ich nämlich da auch gleich schlafen. Ist nicht, damit ich jetzt ein Volvo kaufen will. Das ist nur, um den Händler hier freizuschalten, wenn wir schon da sind. Nein, hier kann ich nicht schlafen. Aber wir haben ihn auf jeden Fall freigeschaltet. Ja, ich werde müde. Ich weiß, ich bin gleich da, wo ich hin will. Ich musste ja nur noch hier kurz schauen, wann der Händler hier offen hat. Ne, ich musste den ja bloß freischalten. Also hier so die Kulisse und so von der Stadt. Keine Ahnung, wie sie ausgesprochen wird. Schön gemacht. Das ist schon wieder ein Polizeiauto. Was ist denn da los? Ich sag's noch und dann bin ich nachher noch zu schnell. Kriege ich noch unsere Strafzettel gleich mal. So, auf welche Seite muss ich denn schlafen? Links oder rechts? Ich glaub links. Es ist hier, glaub ich. Ich bin aber auch was müde. Mir fallen schon langsam die Augen zu. So, wie gesagt. Nicht den LKW verlassen. Wie gesagt, wir sind in Polen. So, Licht aus. Und schon hauen wir uns eine Runde auf Ohr. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt ist natürlich hier wieder Nacht. Wir können natürlich hier irgendwo in so ein nettes Lokal gehen und lassen uns das gut gehen. Oh, jetzt gehen noch alle anderen Lichter an, wenn ich Lichter mache. Guck mal, ich mach's mal wieder aus. Gehen die denn auch aus? Ne. Okay, hätt ja sein können. Okay, wir sind ausgeruht. Wir haben hier unseren fetten Lastwagen. Schwerlast-Transport. Wir werden gerade mal noch schauen, ob wir da einen Auftrag an Land ziehen können. Wenn wir noch hier auf dem Parkplatz stehen, gehen wir schnell ins Internet und schauen wir mal. So, wo sind wir denn? Frachtmarkt? Wir sind da. Oh, klar. Oh, klar. Oh, klar. Keine Ahnung. Wow, ein fettes Rohr. Teil für Gas-Pipeline. Piep-Line. So, mit Schwerlast sieht's hier schlecht aus. Okay, jetzt ist die Frage, wo wollen wir hin? Ungarn ist mir zu weit. Polen, von Polen nach Polen. Das ist natürlich ein schöner kurzer Auftrag. Da gibt's aber 125.000 dafür. Wie viele Meilen sind denn das? Und wann muss ich da sein? Und warum so viel? Das ist ja Wahnsinn. Klar, könnten wir das machen, aber ich wollte eigentlich gar nicht so weit fahren, habe ich mir gedacht. Aber da gibt's viel weniger und das da? Was ist da drin für Zeugs? Strecke, 1000, über 1000 Kilometer, Seeweg, 65, äh, 65, 18 Stunden sind wir da unterwegs. Aber das ist natürlich richtig, richtig weit. Die Pipeline, aber das ist ja wahnsinnig, was da für Geld gibt. Was ist da drin? Angebot läuft ab in 12 Stunden. Das ist wahrscheinlich, weil es einfach... In 12 Stunden komme ich ja nie da an. Wichtige Lieferung ist das. Deswegen ist sie so gefragt. Wir machen mal... Wir machen das einfach. Das ist ja... Das ist ja mega viel Geld. Das müssen wir ja quasi machen. Das geht ja gar nicht anders. Da können wir ja gar nicht Nein sagen. Auch wenn es verdammt weit ist, wenn wir auch nicht den richtigen Lastwagen haben. Wir könnten den natürlich... ...grad hier... ...tauschen. Äh... ...und uns einen neuen holen. Also ja, Geld hätten wir schon. Aber das ist schon gleich hier um die Ecke. Ja, wir machen das mit dem... ...wichtige Lieferung. Der ist ja nicht schlecht, der Lastwagen. Der ist einfach... Wieso ist denn hier rot? Der ist einfach für Schwerlasttransport gebaut. Nicht für so weite Strecken oder für so Aufgaben. Aber was willst du denn machen? Jetzt haben wir den unterm Arsch. Wir tauschen den dann irgendwann wieder. Ist natürlich schon die Idee, aber jetzt ist gerade blöd. Jetzt muss ich da gerade diesen 100.000 Euro Auftrag annehmen. Wenn er noch zu haben ist. Wenn ich nicht schon zu spät bin. Da. Okay. Machen wir. Da gibt es auch so viel Hilfe pro Kilometer. Das ist ja Wahnsinn. Also da müssen wir uns anstrengen, damit wir da natürlich... ...das da ordentlich machen. So, sieht jetzt nicht irgendwie speziell aus. Aber es ist irgendwie eine wichtige Lieferung. Sagen Sie. Hoffentlich kann ich den am Lastwagen hier ran machen. Das ist ja wieder das nächste. Dann passt es wieder nicht. Oder wie? So. Entweder bin ich da weit vorbeigefahren. Was wahrscheinlich so aussieht. Komm. Komm schon. Wir müssen los. Wir haben keine Zeit. Wir müssen über 1000 Kilometer fahren. Wieso geht denn das wieder nicht? Das ist nämlich genau wieder das. Das ist wieder irgend so ein Mod. Und der passt hier nicht ran. Oder ich habe keine Ahnung. Jetzt stehe ich wieder da wie Kot im Wind hier. Okay, alles klar. Wir machen das. Wir machen den Auftrag trotzdem, wenn er nachher noch da ist. Wo ist denn jetzt der... ...der Händler dahin? Da. Okay, Planänderung. Oh, der hat ja eh zu. Der blöde Händler hat ja eh zu. Verdammt. Der ganze Plan geht nicht auf, weil ich wieder den falschen LKW unterm Arsch habe. Die kriegt den Treller da nicht ran. So sind wir von da gekommen. Also wir haben ja schon einige LKWs zu laufen. Und das ist ja auch nicht so, damit wir hier am Hungertuch nagen. Aber das scheißt mich ein bisschen an hier. Äh, Schwertransport ist ja gut, wenn wir das Schwertransport machen könnten. Aber wenn wir da nicht alles machen können, ist natürlich ein bisschen ungünstig. Also wir fahren... Wir fahren nicht bei Rot hier rüber. Wir halten lieber an. So, da ist natürlich wieder keiner hier beim Volvo-Dingens. Die haben natürlich Öffnungszeiten. Aber vielleicht ist sie am Polen anders. Öffnungszeiten, 8 bis 18 Uhr, alles klar. Okay, ähm, LKW-Händler, machen wir so. LKW-Händler, wir sind natürlich da. Äh, online kaufen. Wir kaufen uns einfach ein LKW, damit wir den Auftrag annehmen können. Der LKW wird natürlich teurer sein. Äh, wie der Auftrag. So, jetzt geht's nämlich wieder los. Jetzt fängt er wieder an hier. 600 PS, das ist gut. Farbe muss ich noch eine andere haben. Äh, Farbe. Nee. Nee. What an daten? Hö, 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 Hö. Okay. Was habe ich da bloß wieder alles runtergeladen für Mods? Ja. Okay, ich glaube, wir fahren hier Coca-Cola. Jut, 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 Jut. Da geht die ganze Zeit wieder drauf und der Auftrag geht uns hier flöten. So was mit den Felgen eigentlich. Nee, nee, wir lassen das so. Wir fahren jetzt los. Äh, bestätigen. Aber jetzt muss ich den natürlich noch irgendwo einsetzen. Wo ist denn meine Niederlassung? Ich habe schon eine in Polen. Alles klar. Wir haben schon, wir haben schon Volvo da. Das ist aber jetzt ein bisschen ungünstig. Ich muss natürlich, äh, kann ich da nicht einsteigen. Okay. Jetzt muss ich überlegen. Jetzt muss ich, äh, Garage Management. LKW Management. LKW Management. So, genau. Wo ist denn jetzt das Teil? Da wird also ein 600 PS. Null Kilometer. Einsteigen. Jawohl. Okay, alles klar. Ich kann natürlich den LKW nicht während meiner, meines Auftrages wechseln. Abbrechen. 12.000 Strafe. Ich werde sagen, wir werden nichts verdienen. Wir werden den Auftrag gar nicht mehr bekommen. Äh. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hin muss. LKW Händler ist falsch. Wir müssen, Garage Management. Nein. LKW Management. So. Da möchte ich einsteigen. Jawohl. Okay. Dauert im Moment. Jetzt muss ich natürlich wieder jemand einstellen, der jetzt den LKW übernimmt. mit dem ich gerade gefahren bin. Und ich bin ganz woanders. Das ist natürlich super. Das ist genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Mist. Mist. Jetzt habe ich einen LKW gekauft für den Auftrag. Der Auftrag ist... Frachtmarkt. Wo bin ich denn eigentlich? Jetzt bin ich wieder München, oder was? Okay, hier sind denn noch mehr so teure Aufträge. Ja, von München können wir jetzt wieder nach Innsbruck fahren. Jawohl. Na, vor Autos. Wir machen das mal anders. Wir müssen natürlich Arbeitsagentur. Wir müssen jetzt noch jemanden einstellen. Fahrer einstellen. Ja, mit Michael. 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 Michaela. Astrid. Hallöchen. Die kann hier einen Haufen Zeug schon... Die stellen wir ein. Warte mal. Kann die eigentlich schwerlasten Zeugs fahren? Ich nehme trotzdem die einstellen. Die ist gut. Die ist gut. Okay, jetzt muss ich mal schauen. Da bin ich. Wo ist jetzt eigentlich der andere LKW? Der Schwerlaster. Da ist er nicht. Der wird natürlich in Polen stehen. Ganz allein und verlassen. Da ist nämlich keiner drauf. Okay, alles klar. Ich sollte den LKW eigentlich in München deponieren, weil von da aus natürlich immer die Schwertransporter unterwegs sind. Und eigentlich wollte ich noch eine Runde fahren und ich komme gar nicht dazu. Wie sieht es denn aus? In München ist natürlich alles voll. Ich möchte eigentlich nach Polen. Wie heißt denn das da? Dahin. Jawohl. So, jetzt bin ich wieder mit dem neuen LKW in Polen. Super. Auf jeden Fall sieht er so aus. Ein schöner Volvo. Muss ich sagen. Super lackiert. Ist natürlich wieder abends hier. Kann man das natürlich wieder alles nicht so schön erkennen. Münchner Kennzeichen hier dran. Okay, wir werden das nächste Mal einen Auftrag annehmen. Ich komme heute nicht mehr dazu. Jetzt haben wir halt noch einen LKW mehr. Können wir halt noch mehr Geld verdienen hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn dann. Ciao, ciao. Ciao.